Oder so. Ne, wie heißt denn die Scheiße? Weiß ja nicht. Wo die Neger haben immer früher draußen umgeranzt und so mit so einem fetten Rekorder als Ghetto Master. Genau. Das ist ja unglaublich. Ist ja krass. Ich hab grad vom Gegner ein Auto geklaut und jetzt fall ich so im Kognitor als Spy so fliegen. Ist ja krass, war mal gegen den Baum. Ne, ich überfeile jetzt die Gegner so, ohne dass ich wissen, dass ich bald bin. Das ist ja lustig. Ich hab da gar keine Waffe gehabt, ist ja schlecht. Schlecht sein Mensch. So, jetzt geht's ab. 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 So, jetzt geht's ab.